So, jetzt haben wir doch ein gewisses Jubiläum, 2. Februar, 60 Jahre Stockberghexe. Ja, 2. Februar, Stockberghexe, genau. Ja, ja, was machen wir da? Ja, machen wir da was? Ja, wir trinken mal ein Kaffee. Ja, wir haben Kaffee. Dann haben wir eine andere. Oh, da hat's ja gar nichts mehr. Hatte nichts mehr, hatte nichts mehr. Dann müssen wir noch einmal Kuh mahlen. Kann Kuh mahlen? Da kommt ja nichts, da kommt ja nichts. Du musst noch mal pumpen. Dann pumpen. Und immer noch nichts. Ich kann ja gar nicht, hätte ich gar nicht hören. Dann müssen wir etwas anderes. Jetzt mithören. Schau mal, das schaumt ja richtig. Schau mal, das schaumt ja richtig. Hä? Schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal, schau mal, schau mal. Schau mal, schau mal. Schau mal. Schau mal. Schau mal. Das gibt Kaffee. Für eins landet's. Doch sie hat Mühe mit der Kühe. Sie hat Mühe mit der Kühe. Guess so, wie es tut.